Es geht weiter mit One Piece Kapitel 1096 und meine Güte, ich würde sagen, das war ein unglaubliches Kapitel. Ja, wir kriegen ein bisschen Rocks, wir haben es ja alle vermutet vom Timing her, 38 Jahre zuvor. Was sollte es auch sonst anderes sein, was hier passiert, nicht wahr? Aber wie ich auch gesagt hatte, natürlich werden wir das aus Kumas Sicht alles sehen und somit ist natürlich hier der Flashback auch erstmal direkt vorläufig beendet, was nicht heißt, dass wir nicht ein bisschen mehr Einblick in die Crew von Rocks & Co. gesehen haben und vor allem so einige Hinweise in die Richtung, was sich vielleicht so auf God Valley abgespielt haben könnte und was Rocks allgemeines Ziel eigentlich vielleicht sogar war, was ich persönlich sehr spannend fand. Aber wir kommen gleich dazu, fangen wir vorne an und da wird es direkt einfach super spannend. Wir müssen aber natürlich eine Sache direkt abhandeln und zwar wie grausam einfach, ja, das können wir immer wieder sagen, die Tenorubito sind, ja, wie hier einfach die ganzen Sklaven als Tiere gesehen werden und wir auch wirklich hier so Bilder haben, wie zum Beispiel ein Mann anscheinend sein Kind in der Hand hält, in den Armen hält und dann erschossen wird. Das ist so heftig, ey, wirklich, man sieht selten sowas Grausames, finde ich persönlich, in solchen Geschichten, was einfach hier mit den Tenorubito auf die Spitze getrieben wird. Das ist immer wieder krass, vor allem in Verbundenheit mit dem Ende des Kapitels. Man ist irgendwie so glücklich für Kuma und Ginny in diesem Moment, wenn man am Ende einfach dann die beiden beim Essen hat und die auf einmal einfach anfangen zu heulen. Also emotional hat das Kapitel wieder in voller Gänze funktioniert, aber jetzt, wo wir das aus dem Weg haben, ja, müssen wir direkt anfangen. Wir sehen direkt mal fünf neue Heilige Ritter und die Designs sind schon sehr interessant, vor allem der eine, der so diesen, ja, Bockkopf hat, so dieses, ja, eigentlich schon Satanssymbol, dieses klassische, wenn man ehrlich ist und diesen Totenkopf als Maske trägt, was mir erst echt beim dritten, vierten Mal aufgefallen ist, weil der Hintergrund ist auch so ein bisschen skizzenmäßig, viele Striche und sowas und ich habe den nie einmal gesehen, bis ich mal genauer hingeschaut habe und erkannt habe, warte mal, das ist ja genau dieses Totenkopf von diesem Tier, ja, von diesem Bock, was halt oftmals dieses Teufelssymbol gerne auch mal ist, was ja wieder so gut zu diesem Dämonen-Aspekt der Tenrybito und der Fünfweisen und sowas passt. Dann haben wir in diesem Kapitel drei vergessene Charaktere, ja, es sagen ja immer gerne mal Leute, dass Oda was vergisst. Ich sage immer, nein, er vergisst nichts, wartet mal ein paar hundert Kapitel ab und genau so ist es, wir haben endlich mal wieder Kong, ja, Kong ist ein existierender Charakter im Manga, auch wenn der gefühlt nur zweimal bis jetzt zu sehen war und manche fragen sich immer, ist der wirklich Kanon? Ja, der existiert, hier sehen wir ihn sogar deutlich jünger, was auch interessant ist, den so zu sehen. Wir kriegen Bogart, der war dieses Jahr, würde ich sagen, mitunter wegen der Live-Action-Serie sehr im Gespräch, so, wieso ist der nie wieder im Manga aufgetaucht? War der auf Hachinoso so am Rande zu sehen? Manche denken, der war zu sehen, aber der war ganz anders gezeichnet und so. Also, der existiert, ja, also auch dieser Charakter ist anwesend hier, komischerweise auch kein Tag gealtert, was so ein bisschen meine Theorie jetzt, ja, vielleicht wieder beseitigt, dass ich letztens gesagt hatte, oh, warte mal, Saturn sah vor 40 Jahren ja schon gleich aus, aber wenn Bogart jetzt auch gleich aussieht, dann wissen wir doch noch nicht so ganz, ob Saturn jetzt auch wirklich unsterblich ist oder nicht. Also, das ist ein bisschen das Problem, dass Oda jetzt Bogart eigentlich exakt genauso gezeichnet hat, während Gabi ja deutlich jünger ist. Also, ein bisschen wackelig hier natürlich, mal schauen, ob das irgendwie ausgebessert wird, dann in der Band-Version, weil es ist ja gerne mal so, dass Oda was zeichnet und wir hier diese Shonen-Jump-Version haben und dann ein paar Monate später, wenn der Band erscheint, dass das dann nochmal alles ein bisschen überarbeitet ist und manche Sachen ganz anders gezeichnet sind und sowas. Ist auch immer sehr interessant, das zu vergleichen. Aber, ja, wer hier vor allem auch drin ist, auch ein Charakter, wo viele sich immer fragen, ist der Kanon? Und ja, er ist Kanon als Charakter. Die Geschehnisse von Strong World vielleicht nicht unbedingt, aber von Episode 0. Und, ja, Shiki existiert und das erste Mal feiert er sein richtiges Debüt hier im Manga. Ja, er ist ein existierender Charakter. Wir kriegen Worte von ihm, ja, und wir kriegen ihn halt wirklich in Aktion. Und deswegen kann man dazu wieder nur sagen, ja, Leute, Geduld oder vergisst nicht. Aber diese Story ist halt nun mal eine sehr lange Story, ja. Oder kann er nicht immer alle 1200 plus Charaktere gleichzeitig immer wieder reinhauen. Und da müssen manche natürlich hinten anstehen, wie zum Beispiel, ja, diese Charaktere, die ich gerade genannt habe. Und eine Sache, die wird jetzt so der Hauptfokus für mich in diesem Video. Darüber müssen wir sprechen und zwar, was wurde Rox geklaut? Denn wir kriegen hier auf einmal erzählt, dass wohl irgendwas von Hachinosu gestohlen wurde, das Kronjuwel von Hachinosu. Und deswegen die Rox, die Tenryubito angreifen. Das bedeutet, die Weltregierung hat irgendwas auf Hachinosu geholt. Wahrscheinlich mit einer CP-Einheit, würde ich jetzt persönlich mal annehmen. Dafür wären die ja zum Beispiel perfekt geeignet. Ich sage nur Who's Who, der ja zum Beispiel auch die Gomu-Gomonomi oder die Nika-Frucht, wie man sie ja mittlerweile eigentlich nennen müsste, auch transportiert hatte, ja. Also das ist CP-Gebiet, würde ich jetzt mal meinen. Und das wäre auch spannend zu sehen, ja. Vielleicht kriegen wir da irgendwann mal einen Einblick, wenn wir den kompletten Rox-Flashback haben, wer dort vielleicht zuständig war, das Kronjuwel von Hachinosu zu stehlen. Und das Interessante ist jetzt, dass die Rox ja genau deswegen hier auftauchen. Und die machen irgendwie so ein, ja, schon eigentlich Spiel draus. Jeder will es für sich haben. Interessant. Ein Satz, der mir aufgefallen ist von Captain John, der übrigens so badass aussieht. Man sieht nur sein Gesicht eigentlich. Er sieht irgendwie so cool aus. Ja, ich habe ja am meisten auch so ein bisschen auf den gewartet, weil klar sehen wir Rox hier nicht in voller Gänze. Zu dem kommen wir gleich aber nochmal. Aber Captain John selbst, wir wissen alle, der wird nochmal eine große Bewandtnis haben durch Buggy. Buggy will unbedingt seinen Schatz. Und Captain John sagt hier, dass es sein Schatz ist. Was ist, wenn es wortwörtlich so ist, dass er derjenige war, der nach God Valley an diesen Schatz kam, was ich übrigens schon mal in Videos behandelt habe, und der halt damit weitergezogen ist, bis er letztendlich irgendwann gestorben ist und dieser Schatz halt, ja, wo auch immer gelandet ist. Und Buggy derjenige ist, der ihn finden wird. Und das könnte hier sich tatsächlich ausspielen, denn jeder will es. Jetzt ist die Frage, was ist dieser Schatz? Es wird gesagt, in Big Moms Händen ist es nicht brauchbar. Jetzt würden wir denken, okay, es muss ja eine Teufelsfrucht sein. Da sind Teufelsfrüchte, die holen sich die ganzen Teufelsfrüchte. Okay, easy. Jetzt würde ich aber denken, okay, wenn du dein Kronjuwel, eine Teufelsfrucht hast, ja, an Rocks Stelle, wieso futterst du die nicht? Es sei denn, du hast schon eine Teufelsfrucht gegessen. Okay, aber was willst du jetzt damit? Du willst die für alle Ewigkeit einfach nur aufheben? Dann gibst du dir ja wahrscheinlich eher einem Crewmitglied. Hat der auch nicht gemacht. Das ist ja etwas, das entscheidet sich ja recht schnell. Und ein Kronjuwel klingt ja mehr wie ein Schatz, der dafür bekannt ist, dein Schatz zu sein. Ja, genauso wie der Schatz von Mary Joa. Unter den Tenribito, Imu und Co. ist klar, dass der Schatz von Mary Joa der Schatz von Mary Joa, so wie Doflamingo das natürlich auch weiß, was wir noch nicht wirklich erzählt bekommen haben, was das jetzt eigentlich sein sollte. Aber dadurch, finde ich, ist eine Teufelsfrucht irgendwie ein sehr merkwürdiges Objekt. Also wenn es wirklich nur eine Teufelsfrucht sein sollte, weil dann war es dafür bekannt, dass Rocks diese Teufelsfrucht hatte und die Tenribito haben sich die dann weggeschnappt oder die Weltregierung besser gesagt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, es war Ruffys Teufelsfrucht. Ja, könnte man vielleicht in die Richtung schieben, dass Rocks die unbedingt zurückhaben wollte und vielleicht auf God Valley, die dann sogar gegessen hat, zu einem Gummimenschen wurde und er dann bekämpft wurde. Manche würden jetzt vielleicht sagen, die Yami-Yami-Nomi würde dafür auch sehr gut in Frage kommen und Roger, Garp und vielleicht ein paar Weltregierungsleute, Heilige Ritter, wer auch immer, haben sich dann alle gegen den Yami-Yami-Nomi-Nutzer Rocks gestellt, der mit dieser Kraft dann völlig ausgeartet ist. Aber wie gesagt, wieso hat er die dann nicht eigentlich schon längst gegessen oder diese Frucht jemandem gegeben? Und da muss ich einfach zu sehr dran denken, weil es auch mit Captain John so perfekt passen würde, dass er an dieses Kronjuwel gekommen ist und damit dann letztendlich Buggy verbunden wird und sowas. Und dass es vielleicht wirklich was anderes ist. Und vielleicht könnte man das ja sogar in die Richtung des vierten Road-Pornoglyphs schieben, weil Rocks könnte ja davon gewusst haben, Garp hätte nur gewusst, okay, Rocks wurde was geklaut und Roger hätte zu diesem Moment ja nicht wissen müssen, was es damit auf sich hat. Weil wir wissen, Roger ist weitaus später überhaupt erst in die Richtung Pornoglyph und Co. gegangen, also bei seiner letzten Reise. Und es war wenige Jahre vor seiner Hinrichtung. Also das passt mit Roger dann natürlich nicht. Wie gesagt, man könnte es in die Richtung vom Road-Pornoglyph schieben. Als Captain John hat es sich dann letztendlich geschnappt, als dann Rocks nicht mehr war. Dann irgendwann hat es vielleicht sich jemand anderes unter den Nagel gerissen, weil Captain John ist ja dann natürlich verstorben. Und dann gelang es halt irgendwann zu diesem Mann von Flammen gezeichnet. Und in der Zwischenzeit hätte Roger sich das halt irgendwo gekrallt. Viele denken ja sogar, es ist ein Roger-Pirat, der dieses vierte Road-Pornoglyph hat, was dann sogar noch besser passen würde. Also ich würde sagen, die Option gefällt mir gerade besser als eine Teufelsfrucht. Mir gefällt sie aber immer noch nicht so gut. Und deswegen würde ich schon fast denken, das muss was anderes sein. Jetzt ist die Frage, was kann es denn sein? Und ist das vielleicht sogar ein und dasselbe wie der Schatz von Mary Joa? Weil wir wissen nicht, was der Schatz von Mary Joa ist. Und was ist, wenn dieser Schatz von Mary Joa halt dieses Kronjuwel ist? Wir wissen ja auch nicht, wo Rocks das her hat. Und vielleicht ist es irgendwas aus der antiken Zeit, ja, aus dem verlorenen Jahrhundert und etwas aus der alten Zivilisation. Das könnte halt eine gute Sache sein. Aber ganz ehrlich, wir könnten uns jetzt darüber den Kopf zerbrechen. Letztendlich gibt es keine Antwort darauf. Wir können uns jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht ausmalen, was dieser Schatz von Rocks gewesen ist. Ich finde, wie gesagt, eine Teufelsfrucht wäre mir persönlich irgendwie zu wenig, weil das sich hätte schon längst aufklären müssen, was du damit jetzt machst. Und alles andere würde irgendwo ein bisschen mehr Sinn machen, auch wenn ich echt mir nicht vorstellen kann, was es jetzt sein sollte. Ich tendiere von den Möglichkeiten, die es zumindest gibt, mehr zu einem Pornoglyph, weil Rocks dafür bekannt war, die Geschichte irgendwie zu entziffern beziehungsweise halt die Geheimnisse der Weltregierung, so wurde es immer bezeichnet, was auch immer das heißt. Ich meine, es kann ja nur die wahre Geschichte und alles drumherum sein eigentlich, weil was soll es sonst sein? Imu, ja, Teil der wahren Geschichte. Alles ist halt mit der wahren Geschichte verbunden. Deswegen würde ein Pornoglyph in der Richtung, wie gesagt, irgendwo einen Sinn machen. Kommen wir mal zu Roger selbst, der hier sehr wie Shanks aussieht. Also gerade jetzt vor kurzem Shanks, den wir in Aktionen das erstmal so richtig gesehen haben. Roger sieht so sehr wie der Shanks aus, den wir jetzt vor kurzem hatten. Aber ist ja logisch, ja, Shanks großes Vorbild war Roger. Ja, das war seine Vaterfigur. Ist ja also ganz logisch, dass sie sich sehr ähneln, selbst vom Aussehen her. Ja, und ein bisschen Ace kann man zumindest auch noch erkennen, ja, weil letztendlich ist er ja der Vater von Ace. Das wissen wir ja alle. Aber Roger sagt was, was ich sehr interessant finde. Und zwar, du weißt gar nicht, wie ich mich über das letzte Jahr gefühlt habe. Was mich vermuten lässt, dass vielleicht Roger vor einem Jahr eine absolute Abreibung kassiert hat von den Rockspiraten. Und jetzt seine Rache ausüben möchte. Und dann kommt Garp wiederum hinter Roger her und will den jagen, ja. Und das finde ich so super lustig, dass wir so diese drei Fraktionen haben. Und wir wissen ja letztendlich nicht, was jetzt so richtig passiert ist, ja. Dann hast du noch die ganze Weltregierung drin, Saturnas vor allem drin, wo man sich denken müsste, okay, der kann ja alleine für Rocksuntergang sorgen. Zumindest so wie er bis jetzt aufgebaut ist. Aber natürlich ist die Frage gegen alle Rockspiraten, ob ein Saturn da eine Chance hätte. Und es ist immer noch verrückt, dass wir uns die Frage überhaupt stellen müssen. Aber so ist es aktuell. Wir wissen nicht, wo genau Saturn gerade steht und ein Imu und Co. Das ist für uns immer noch das große Rätsel. Aber ja, das ist so der Anfang vom Rocks Flashback gewesen. Wir kriegen einige Heilige Ritter. Wir kriegen ja die ganzen Fraktionen. Wir kriegen die ganzen vergessenen Charaktere. Oder die zumindest als vergessen angenommen wurden. Aber letztendlich konnte Kuma natürlich, wie hier gesagt wird, 500 Leute retten mit seiner neuen Teufelsfrucht, die er hier verspeist hat. Ivankov hätte fast die Drachenfrucht kassiert. Big Mom hat ihn aber aufgehalten. Wir wissen ja, was daraufhin letztendlich passiert ist, dass Kaido die von ihr bekommen hat und sowas. Der interessanteste Part hier noch aber ist natürlich, wie das Ganze beendet wird. Wo wir einfach eins wissen und zwar, irgendjemand muss Kuma hier absolut geholfen haben. Ja, egal ob Rocks oder Roger oder Gab oder jemand anderes. Kuma, auch wenn er sich teleportieren kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass er selbst aus dieser Lage raus ist, wenn ihr gerade vor Saturn steht. Wir wissen, dass Saturn dich einfach runterdrücken und komplett paralysieren kann. Ich denke mal, dass du in dem Moment dann auch nicht einfach deine Teufelsfrucht nutzt, vor allem wenn du die gerade gefuttert hast und eigentlich fast gar nicht weißt, was hier gerade abgeht. Und dass hier nochmal gesagt wird, dass halt genau aus dem Grund die Buccaneers ausgerottet wurden, weil die anscheinend damals halt ein sehr hilfsbereites Volk waren. Nika zur Unterstützung kam, zur Hilfe kam bei seinem wahrscheinlich letzten großen Kampf damals am Ende des verlorenen Jahrhunderts. Das ist dann das große letzte Battle, was es ja natürlich gegeben haben muss. Ich meine, das ist eine Story, wo es viele Kämpfe und Kriege und sowas gibt natürlich. Und die Buccaneers wahrscheinlich dann auf seiner Seite standen gegen diese 19 beziehungsweise 20 Königreiche. Und die fünf Weisen, falls die da schon gelebt haben, ist natürlich noch eine große Frage. Ich meine, ich tendiere dazu zu sagen, die haben wahrscheinlich da schon gelebt, so wie die unverändert hier in diesem Kapitel. Also Saturn auftritt, Imu, können wir davon ausgehen, ist unsterblich und sowas. Und deswegen, ja, weil vor allem auch hier wahrscheinlich wieder dieser Name Nika genannt wird, sagt Saturn ganz einfach, das ist genau der Grund, wieso deine Leute ausgerottet werden mussten. Ja, und da endet der Rocks- beziehungsweise God Valley Flashback. Und auf einmal ist alles wieder erstmal zumindest in der guten Stimmung. Und wir sind zurück in Kumas Heimat, dem Sorbet-Königreich. Wir sehen noch, wie Ivankov sich verabschiedet und Co. Und wie glücklich einfach Ginny und Kuma sind, wie auch schon am Anfang angesprochen. Und es ist interessant, dass dieses Mädchen alleine eigentlich den kompletten God Valley Vorfall ausgelöst hat, indem sie einfach diese ganzen Informationen geleakt hat an die Welt und somit dafür gesorgt hat, dass Rocks ankommt und dann Roger ankommt und jetzt auch daraufhin Garb ankommt. Und wer da nicht alles vielleicht noch dazugekommen ist, ja, viele haben ja auf Dragon gehofft, aber es macht ja Sinn, Dragon ist recht jung zu diesem Zeitpunkt, also der dürfte ein Jugendlicher sein. Deswegen finde ich das schon okay, wenn das jetzt nicht unbedingt auch der große Dragon-Flashback ist, weil wir sehen ja auch, Ivankov und Kuma haben sich gerade mal kennengelernt, haben sich wegteleportiert, sehr höchstwahrscheinlich. Und Dragon da jetzt reinzupacken, macht für mich noch nicht so den großen Sinn, weil das alles ja auch mit Ohara und Co. ja später kam, seine Motivation für die Revolutionsarmee, wie wir sie heute kennen und so. Das kam ja wesentlich später als vor 40 Jahren. Und Dragon, wie gesagt, war ja noch recht jung und hatte vielleicht noch nicht die größten Ideen, was die Zukunft für ihn bringt, aber ganz ehrlich, extrem geiles Kapitel. So wirklich ein Top-Kapitel, so wie ja eigentlich jedes Kapitel dieses Jahr. Und falls ihr neu sein solltet, könnt ihr natürlich gerne an dieser Stelle den Kanal abonnieren für weitere Reviews zu One Piece. Und nächste Woche geht es direkt weiter. Ja, in wenigen Tagen gibt es schon die Spoiler. Das ist natürlich schon eine schöne Sache, ja, endlich mal nach diesen ganzen Pausen, die wir immer haben. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ist der Schatz von Hachinosum? Ja, ganz einfache Frage, könnt ihr mir sicherlich beantworten, nicht wahr? Nein, aber ist es eine Teufelsrucht? Ist es ein Pornoglyph? Ist es der Schatz von Captain John geworden? Das finde ich persönlich ganz ehrlich. Ich habe schon sogar ein Video dazu gemacht und ich finde es so super, dass hier wirklich so ein Schatz erwähnt wird. Und ich auch gesagt hatte, dass vielleicht der Schatz von Captain John ein Schatz von Rocks war und er etwas von Rocks genommen hat. Und jetzt macht das sogar so viel mehr Sinn. Also es bestärkt nun mal ein Video von damals. Ja, ich glaube, das müsste das Video sein, wer hat das vierte Rob-Pornoglyph oder so ein ähnlicher Titel auf meinem Kanal. Werdet ihr sehr schnell finden, glaube ich. Und deswegen freut mich das persönlich. Mein Lieblingsthema, ich sage es immer wieder, Rocks, seit er genannt wurde, ist es so etwas... Ey, ganz ehrlich, ich liebe diesen Charakter und diese Crew und alles, was dazu gehört. Die alte Ära, ich sage es ja immer wieder, finde ich sogar besser als die Ruffy-Ära. Und da kann man gerne eine ganze One-Piece-Story draußen machen. Würde mich super interessieren. Aber ja, das wird es erstmal gewesen sein. Über die alte Ära werden wir wahrscheinlich noch oft genug sprechen können. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ich glaube, ich habe das, das ist so großartig, Ich glaube, ich glaube, wir müssen noch mal sehen.